Ein Positives! Ho ho! Mein herzlicher Freunde, heute ein neues Video. Heute ist der Winterfesttag. Tag, Tag, Tag 11. Das ist Winterfesttag. 11 oder? Das sind 10. Ja. Hm. Ich könnte eh meinen Titel anlesen oder so. Beim Funding. Die heutige Aufgabe lautet, verstecke dich mit einer Schneemann-Tarnung in verschiedenen Metern. Am besten einfach hier landen die Schneegebiete, hier oder da glaube ich auch noch. Da gibt es einfach einen Schneemann für Kleidung als Schneemann. Und das verschiedene Metern lang. Das ist eine sehr leichte Aufgabe. Und jetzt belebe ich jeden wieder. Das schaffe ich heute auch noch fertig, das ist easy. Und während ihr gerade dabei seid, schaut heute mein Stream um 18.50 Uhr an. Da release von meinem Freund der Server. Und ich bin ja dann streamig halt und so. Seid gerne dabei. Ja, okay. Habe ich gemacht. Und das halt nur verschiedene Matches. Seht ihr hier? Oder halt ich gerne mal in den Arm machen. Und das ist definitiv ein Match. Das zeigt jetzt nichts. Ganz leicht, okay. So wie gesagt, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ein Pusswitz. Ciao, ciao. Malki, Freunde. Ciao.